Heute zur Eröffnung der neuen Schule in Goho-Hare, 30 Kilometer von der kenianischen Grenze entfernt, haben die Kinder sich besonders hübsch gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Bevor wir jedoch die neue Schule eröffnen, schaue ich mir erst einmal die alte an. In solchen Räumlichkeiten ist ein Unterrichten schier unmöglich. Nun gibt es helle moderne Klassenräume mit Sitz- und Schreibpulten für über 200 Kinder. Ich wünsche allen Lehrern und Kindern viel Spaß mit der wunderschönen Schule. Ich wünsche euch alles gut und viel Spaß für alle Pupil und Lehrerinnen in der Schule. Ich wünsche euch allen, dass wir die Karten und 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 die Karten. Vielen Dank. Nun gibt es auch getrennte Latrinen für Mädchen und Jungen. Das Regenwasser wird über Dachrinnen aufgefangen und in Tanks gespeichert, damit die Kinder sich nach dem Toilettengang die Hände waschen können. Ein schönes Gebäude, in dem das Lernen Spaß macht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017